Mitte Mai wird First Lady Melania Trump wegen ihren Problemen operiert. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch das Weiße Haus geben nach dem Eingriff umgehend Entwarnung. Die First Lady habe alles bestens überstanden. In der Öffentlichkeit wird sie seitdem jedoch nicht mehr gesehen. Vor einigen Tagen twittert sie, Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen, um darüber zu spekulieren, wo ich bin und was ich tue. Seid versichert, ich bin hier im Weißen Haus mit meiner Familie. Es geht mir gut und ich arbeite hart für das Wohl der Kinder und des amerikanischen Volkes. Dieses Statement überzeugt die Amerikaner allerdings wenig. Unter dem Twitter-Hashtag WhereIsMelania geht das Rätselraten im Minutentakt weiter und witzige Posts machen die Runde. Ein Twitter-User mutmaßt gar, dass Melania Trump ein Alien gewesen ist und nun zu ihrem Heimatplaneten zurückgekehrt ist. Die Spekulationen werden wahrscheinlich erst aufhören, wenn sich die First Lady wieder zeigt.